Lenka, in einer Woche! Ist die Meisterschaft, ich weiß! Und deswegen? Batschung! In was ist das Gefühl? Boxen! Sagen Sie mal, könnten Sie vielleicht zu Hause telefonieren? Können Sie nicht zu Hause bleiben? Danke. Und ich dachte, ich bekomme jetzt Hausverbot. Das ist mir gestern im Park passiert. Im Park? Ja. Ich habe mich eine Boxerin umgerannt. So ein Proll-Vibe, von der überall die Plakate herumhängen. Two things. Right here, go, step forward. Forward, forward, forward. Let me see a shot. Hey, guys. 15 Jahre? Was hast du so die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Das kann aber dauern. Oh, ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Romy? Ja, Romy. Wer sind aus? Du warst, du warst! Just... Just die Kinder wir später. Das war's. Das Testergebnis ist unerwartet. Geht es dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, der Unsyndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Franziska! Was machst du hier? Anschaffen. Mein Gott, jetzt sei doch nicht so spießig.